Heute ist Tag 3 unseres Praktikums und heute werden wir helfen ein Auto zu beschriften und das hier ist der Auftrag, den wir haben. Darauf können wir sehen, wo welcher Aufkleber er angebracht werden muss und zuerst müssen die Stellen, wo die Aufkleber dran kommen, mit Wasser und mit Brennspiritus gereinigt werden. Das machen wir gleich. Dann werden die Aufkleber erstmal grob an die richtige Stelle geklebt mit Tape und später werden sie dann richtig auf das Auto aufgeklebt. Oh 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.